Es gab einen Zeitpunkt, als wir die Fahrer verlieren, jeden Monat. Für mich war das keine Überraschung, mal irgendwann in einem Spital zu landen. Die Doktor waren fast sicher, dass Niki sterbte. Ich glaube, es besteht eine reelle Chance, dass Niki überleben wird. Wie fühlt sich das Gefühl, gegen Niki zu kämpfen? Hörer Arbeit. Hörer Arbeit.